Ich bin der Hermann Filippic, ich bin hier der Competition Manager und verantworte ich für den Short-Track-Bewerb. Das ist die Formel 1 auf dem Eishockey-Feld, also wir sind die schnellste Sportart überhaupt. Wir verwenden eigentlich schon die ISU-Regeln hier, das heißt wir haben ganz, ganz wenige Abwandlungen. Eine Besonderheit ist, dass wir natürlich die Setzung der Läufe nach dem entsprechenden Können der Läufer machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017